hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft und das ist bestimmt die silberbruchmine jawoll dann werden wir mal schauen ob wir hier gewinnen werden ich gehe mal davon aus weil man muss ja immer ein bisschen optimistisch sein ja wenn ich ein bisschen komisch rede liegt daran ich habe mir gestern bei singstar auf die zunge gebissen ich hatte bis heute besuch hier gehabt deswegen konnte ich keine videos let's plays machen und am wochenende hatte ich auch keinen vlog gemacht weil ich halt besucht hatte ist mal ein bisschen doof wenn besuch da ist und ich sitze dann vom computer oder mache meine vlogs deswegen mache ich ja nur vlogs wenn ich halt keinen besuch habe und ich denke mal restliche woche wird aus zu sein also mein besuch ist jetzt weg aber ich werde jetzt nächstes wochenende besuch kriegen danach das wochenende bin ich nicht da und danach das wochenende werde ich wieder besuch kriegen und wenn das alles so kommt wie mir das gesagt wurde und danach das wochenende geht schon auf nach neuseeland wo ich mich schon tierisch drauf freue ganz allein in neuseeland das wird bestimmt witzig so jetzt müssen wir uns konzentrieren das war hier mal ein sieg herholen das war hier mal ein sieg herholen das war hier zwei leute muss nur wo wo den einnehmen oder einer dass du der nicht spielen kann wie ich oh ein Furke ist hier wusste ich doch wusste ich doch so jetzt haben wir Das war doch mal eine easy Runde. Oh wir liegen vorne, das sieht ziemlich gut aus. Jetzt ist da ein anderer, schön. Oh, wie ist das? Das ist eine Katze Lust. Was ist das? Geh! Das war der erste tot von mir. Wie sieht es bei mir zurzeit aus? Auf welchem Platz? Nicht so gut. Letzter. Der Priester von die beiden Kills bekommen. Eindeutig. Ich habe mir meinen Kill geklaut. Naja egal. Go go go. Schneller, schneller. Ich habe noch keine Zeit. Das war auch nicht mein Kill. Ne. Jetzt bin ich wieder hier. Und pass auf. Das ist die Lohrauch. Richtig schön. Wenn ein Ziel ankommt. Sonst war ich schon geiler. Ich bin in der Hand. Das kann doch nicht sein. Ich bin mir die Lohre geklaut. Das war's. Jaaa, durch den Kreis, wenn er mit den Schwennen hier wohnt. Na gut, jetzt muss ich aber hier reinhauen, hier, oh jetzt bin ich schon vorletzter, wird immer schlechter. Da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei. Oh, da ist ja keiner. Ich hoffe, hier ist noch kein Ali. Klappe geht zu, mein Hintern ist weg. So, das war eine Runde Schilberbruch Miner und haben wir mal wieder gewonnen. Ich kann auch ein bisschen an Leder fahren, damit ich ein bisschen Leder kriege. Eigentlich brauche ich das Leder nicht, das mache ich jetzt nur zum Scale und ein bisschen EPs halt. Immer wenn ich warte, bis die nächste Schlacht anfängt. Oh, das mache ich jetzt hier mal. Also nächstes Wochenende, wie gesagt, da kriege ich wieder Besuch. Ich denke mal, der Besuch bleibt nicht diesmal so lange da. Ich denke mal, der bleibt nur fürs Wochenende da. Genau bei den anderen Besuch und wenn ich da wegfahre, einmal bin ich auch nur übers Wochenende weg. Auch am Freitag werde ich wahrscheinlich dann da nicht filmen. Was wir hier alles nur sehen. Aber jetzt sind wir erst noch zwei Tage, drei Tage, wo ich noch filmen kann. Aufnehmen kann. Gameplays machen kann. Ich habe da auch einen schönen Ego-Shooter. Den werdet ihr morgen früh sehen und abends, glaube ich, halt bei meinen Water of Warcraft. Wenn ihr lieber sehen wollt, wenn ich 100er, als 100er spiele, PvP, schreibt mir das in den Kommentar. Wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt, welchen ich spielen soll, schreibt mir das auch in den Kommentar. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.